so war echt gut geraten dann sind wir wieder da bei den abknall modus ja wo die schnauze ab und zu bekommen wir haben die zone wieder mal bin in der dreier auf geht's ist kontakt requires you to get to the zone and protect the area from the baddies alle sind alle schon Oh Gott, du kommst ja wirklich an Nicke an Da drüben Oh wo, da Da, helst du Oh nein, der ist abgehauen Nein Ich geh weg Du schon wieder Flammenwerfer Raus Und Der lebt hier, oder? Au Autsch Wo kommt der denn? Keine Ahnung Aua, jetzt weiß es Baba Oh, schluss Nein, gleich Wie jetzt der nächste, oder? Der nächste Die um die Ecke kommt gleich der nächste Okay Weg Ja, ich hab die besondere Fähigkeit ange... 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 gemacht, deswegen... Hmm Ich mach mal nochmal Da hinten kommt einer, da hinten Okay Weg mit dir Weg mit dir Der kommt oben bei einer Oh Gott, zu spät, Deco... Au Halbtot... So eine schöne... schaffen zu... äh... kriegen Welten... Welten... Wenden... Ich mach mal... Ja, da kommt der... Oh, der Fässer hat gleich zeugisch... gut gemacht, warte... Okay, wo... da... Wie vorne... Ach, da... da... Ghost ist es wieder... Das versteckt hier der Quattie... Unseren Quattie... Aber ich hab nochmal eingesetzt... 0% haben die... Haben sie alle kalt gemacht... Wunderbar... Yes... Ja, also... Punkt da... über 3000... Juhu... So, wieder in die Schlacht, oder? Jupp... Bestimmt... Warte, einen Moment... Kann ich oder noch nicht? Ja, bei mir lädt da irgendwas noch... Okay... Ich bin auf 3! Uh... In den Top 3 bin ich jetzt so... Endlich... Los geht's Schlacht... Okay, dann hier... Irgendwann mal zu Skäle... In ne... Da rein schön... So... Dann wird's gleich wieder lustig... Mhm... Oha... Ist das deins? Was? Das Halsband da... Nein... Hm... Ich bin der Wolf... Na gut... Ich spare eigentlich nur für den Hintergrund gerade... Ich will dem Wolf beibehalten... Welche Farbe willst du denn für den Hintergrund? Auch Schwarz... Wieso? Na gut... Schwarz und Weiß... Äh... Sind immer am besten... Stimmen sich immer am besten ab, wenn nicht... Was haben wir? Elf Match... Wir schlachten uns alle nieder... Wir schlachten uns alle nieder... Ja, schalte ich die gleichwerben... Da ist wieder eine Zone... Auf jeden Fall... Find them and kill them... Was... We need this area... Ah... Wir haben ein... Hashtag mit drin... Oh... Oh... Auf geht's... Okay... Häpp... Hm... Warte, da bist du... Ja... Wollen wir nach da lang? Irgendwo... Du zeigst sich schon... Ja, ich werde auch zur Not auch meine Fähigkeit aktivieren... Ja... Ich höre gerade schon, dass der... Oh Gott, die sind alle hier... Euer Schutz... Leute... Oh Gott... Auf der kommt... In der RIVN... Äh... So... Selbst du... Nein... Ich wurde... Hinterhält... Dich... Habe ihn durchgeschossen... So... Da lang... es gibt doch nicht du er dafür schraube ich habe raus habe ich ja schon die nächste von der seite wo du vorhin gestorben ist leban limits aber wisch vielleicht doch draußen wie ich höre hier war die daumen der blaut schilder oben wie ich gesehen habe verdammt ich brauche das war da bist du da oben gut ja ich bin da oben aber jemand wirklich geschossen hast du wieder freundchen wie sieht es da unten aus du den haben sie ja ich habe ihn wieder geholt wieder ja ich habe welche mir geholt ich wir brauchen noch zwei also wir fertig ja da haben wir genügend was sind oder was fettes schwein kommt leute ich schaff das freunde der zweimal schilder einander gebracht ich bin gerade mit drin gegangen und habe dir geholfen gemerkt habe die sind so weiter nach hinten reingegangen weg von meiner wand weggekommen ich bin gerade mit drin ja das stimmt das sind einige ps fast silber mit ihr geil da kann ich den nächsten charakter dann aussuchen der ist oder werden soll noch mal schlacht oder auf jeden fall gar nicht oder soll ich noch warten warte mal kurz gut dann bis zur nächsten aufnahme leute